Best for Soil Regenwurmkompost. Praktische Information. Hallo, ich heiße Alfred Grant. Dieses Best for Soil Video beschäftigt sich mit der Herstellung und Anwendung von Regenwurmkompost. Am Ende dieses Videos finden Sie zusätzliche Informationen zu diesen Themen. Bitte schauen Sie sich auch die anderen Best for Soil Videos an zum Thema Kompost und Bodengesundheit. Kompost ist ein Produkt, das durch mikrobielle Zersetzung organischer Stoffe unter erroben Bedingungen entsteht. Abhängig von der Kompostierungsmethode, der Größe, der Intensität des Vorgangs und dem Ausgangsmaterial kann eine Reihe an Komposten mit unterschiedlichen Qualitäten hergestellt werden. Wurmkompostierung ist der natürlichste Kompostierungsprozess. Er involviert dabei epigeische Regenwürmer wie Eysenia fetida und wichtig ist, 35 Grad Celsius nicht zu überschreiten, da sonst die Regenwürmer abgetötet werden können. Regenwurmkompost weist die höchste Artenvielfalt an Mikroorganismen auf und soll bei der Unterdrückung von Krankheitserregern helfen, tötet oder deaktiviert jedoch keine Unkrautsamen. Daher wird bei der Produktion in grösserem Maßstab eine Kombination aus Heißrottekompostierung und Wurmkompostierung empfohlen. Aufgrund der einzigartigen Eigenschaften von Regenwurmkompost wird dieser normalerweise nicht wie Kompost verwendet und in hohen Aufwandmengen auf dem Feld ausgebracht. Neben der mikrobiellen Vielfalt weist Regenwurmkompost eine höhere Nährstoffdichte auf und die Nährstoffe sind besser für die Pflanzen verfügbar. Darüber hinaus enthält Wärmekompost signifikante Mengen an Pflanzenhormonen wie Auxin, Gebrellin und Zytokinin. Regenwurmkompost hat nicht nur eine höhere Qualität als Heißrottekompost, sondern es ist auch ein signifikant höherer Aufwand erforderlich, um ihn herzustellen. Daher wird Regenwurmkompost häufiger in hochwertigen Kulturen wie der Jungpflanzenproduktion, dem Gartenbau, Weinbergen, Obstgärten oder sogar Golfplätzen verwendet. Im Ackerbau können Komposttee- und Saatgutbeimpfungen auf Regenwurmkompostbasis verwendet werden, um die Bodengesundheit bei begrenzten Aufwandmengen, beginnend bei einem Liter pro Hektar, zu verbessern. Für die meisten EU-Mitgliedstaaten gibt es nahezu keine spezifischen Vorschriften für die Wurmkompostierung. Insbesondere bei der Produktion in Innenräumen sind keine Emissionen wie Geruch oder Sickersäfte zu befürchten. In einigen EU-Staaten wird Regenwurmkompost als Dünger anstelle von Kompost angesehen. Im Gegensatz zur Heißrottekompostierung gibt es für die Wurmkompostierung kein Mindestvolumen. Signifikante Mengen, die für professionelle Anwendungen benutzt werden sollen, sollten einem zweistufigen Prozess unterzogen werden. Das erste Teilstadium ist ein thermophiles Stadium zur Abtötung von Unkrautsamen und potenziellen pflanzlichen oder menschlichen Krankheitserregern. Dieser Schritt ersetzt auch die Ausgangsmaterialien, homogenisiert und erweicht sie und hilft, das Material zu stabilisieren, was sonst die Temperatur im Wurmkompostierungsprozess später erhöhen und die Regenwürmer töten würde. Wenn die Ressourcen direkt an Regenwürmer verfüttert werden sollen, ist Dünger von pflanzenfressenden Tieren wie Pferden, Kühen oder Schafen eine gute Ressource. Wenn vor der Wurmkompostierung ein Heißrotteprozess durchgeführt wird, können die Ausgangsmaterialien vielfältiger sein. Die Materialien, die den Regenwürmern zugesetzt werden, sollten ein Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von 25 zu 1 haben. Regenwürmer haben einen engen Bereich bevorzugter Umgebungsbedingungen, um eine optimale Produktivität zu ermöglichen. Dies sollte regelmäßig überwacht und kontrolliert werden. Die optimale Temperatur liegt zwischen 15 Grad Celsius und 30 Grad Celsius, wobei das Überleben der Regenwürmer zwischen 0 Grad Celsius und 40 Grad Celsius liegt. Der bevorzugte Feuchtigkeitsgehalt liegt zwischen 60 und 80 Prozent. Im Wurmkompostierungsbereich muss jederzeit Sauerstoff verfügbar sein, der auch über den Luftstrom bereitgestellt wird. Daher muss das Fütterungsmaterial eine gute physikalische Struktur haben. Der pH-Wert des Materials sollte zwischen 5 und 8 liegen und der Salzgehalt sollte nicht zu hoch sein. Professionelle Wurmkompostierung findet das ganze Jahr über statt. Wenn das lokale Klima im Winter keine Produktion zulässt, kann die Produktion in Innenräumen erfolgen. Im Innenbereich werden vermehrt Durchlaufanlagen verwendet. Neben der Herstellung von Kompost ist es auch wichtig, die Qualität des erzeugten Produkts zu überwachen. Wir haben auch ein Best-for-Säule-Video zu diesem Thema vorbereitet. Die Vorschriften für die Anwendung von Regenwurmkompost sind in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten unterschiedlich. Im Allgemeinen wird Regenwurmkompost als Kompost oder Dünge angesehen. Daher können für jede Verwendung unterschiedliche Vorschriften gelten und der Besitzer muss sicherstellen, dass diese Vorschriften auch eingehalten werden. Neben der Anwendung als Düngemittel wird Regenwurmkompost aufgrund der hohen Qualität des Produkts häufig in kleinen Mengen verwendet. Extraktartige Komposttees werden zur Saatgutbehandlung, als Blattbehandlung oder als Impfstoff für den Boden verwendet. Regenwurmkompost kann auch zum Einarbeiten in der Sämaschine oder als Ergänzung für Bodensubstrate oder als Stimulator bei Anpflanzen in Weinbergen oder Obstgärten verwendet werden. Die Kompostherstellung ist ein Prozess, der viel Know-how und Erfahrung erfordert, um ein Qualitätsprodukt herzustellen. Wenn Sie weitere Informationen zu Kompost erhalten möchten, besuchen Sie die Best for Soil Website, auf der Sie mehr Material finden. Vielen Dank für's Zuschauen!